Bevor das Video anfängt, ein Shoutout an Bantofx und Max, die mir die zwei Designs gemacht haben. Lasst einen Gruß bei Ihnen da, abonniert Sie, checkt Sie out. Und das Zweite ist noch ein kleines Giveaway-Tagesticket-Gutschein für Freitag Gamescom. Und zwar, um das zu gewinnen, müsst ihr erstens in NRW wohnen, Nordrhein-Westfalen. Ihr müsst mich abonnieren und aktiv sein. Und ihr müsst dieses Video liken und kommentieren, weshalb ihr dieses Ticket haben wollt. Der Deadline wäre dann noch am Donnerstag um 17 Uhr, damit wir den Gewinner so schnell wie möglich kontaktieren können und ihm das zusehen können. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kurzen Gamescom-Informationsvideo. Und ich denke mal, ich rede jetzt nicht lange herum. Ich werde an der Gamescom sein am Freitag. Und zwar werden mit mir Dualmotion und bei Dre sein. Und ja, mich würde es mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr auch am Freitag dort seid. Nämlich echt ein Wunder. Dann habe ich mir noch überlegt, dass ich so ein kleines Zuschauer-Treffen machen könnte. Und zwar würde das am Freitag um 14 Uhr unter der Zoobrücke stattfinden. Wer jetzt nicht weiß, wo diese Zoobrücke liegt, der kann mal den Halleplan auschecken. Ich blende ihn jetzt ein oder ihr könnt ihn auch unten in der Beschreibung anschauen. Das ist unten verlinkt. Und wir können dort labern, Fotos machen und so weiter. Egal, weil ich mich noch nie gezeigt habe. Hier mal ein Bild von mir. Was ich so an der Gamescom-Informationsvideo habe. Und zwar, ich werde ein weißes T-Shirt mit einem Decksaufdruck drauf haben. Eine hellgräuliche kurze Hose anhaben. Ein Turnbeutel mit dem Decksaufdruck. Und so zusätzlich nebenbei habe ich noch eine Handyhülle mit dem Decksaufdruck dran. Und um das ein bisschen spannender zu machen. Die erste Person, die mich erkennt, die erwartet eine kleine oder große Überraschung. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Einfach eine Überraschung. Und falls ihr irgendwelche Informationen braucht, folgt mir am besten auf Twitter oder Snapchat oder auf beiden. Ist egal. Je nachdem, was ihr habt. Und zwar auf Twitter heiße ich Und auf Snapchat heiße ich Ihr könnt auch den Code jetzt scannen. Ist eingeblendet. Ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr kommentiert, ob ihr dort seid. Wie auch schon im Pre-Intro. Das Ticket-Giveaway-Deadline ist am Donnerstag um 17 Uhr. Dann noch einen schönen Tag. Und haut rein. Ciao.